und ja dann willkommen zu leastfall of the least ultimate sind sich an sich hier im spiel immer noch alleine so zu sein hat sich aufnötig und der mannig hat eigentlich auch noch an sich der ist anwesend hat auf dem turnier mit uns so ja wachtell verredet einen Tag wie wir bemerkt haben wir letzten Folge immer noch reden hier Was habt ihr für Energiequem? Wachtell eigentlich nur Lava Ich hab vermutlich keinen MFA oder? Nee Ich bin vielleicht bald das noch dauerne Nee, das wird gebraucht Ah ja Ich hab nicht mehr viel Saft in der Rüstung und aufladen kann ich nur in einer anderen Dimension die leider... Alles vor Ja, kein Geld soweit kann ich nicht mehr laufen Ich mag das blöde Portal dann nicht Ich hab gesagt wir brauchen ein Geld das ist viel effektiver effizienter etwas Weißt du, dann brauchen wir nur eins und nicht 50 Portale Wann warst du eigentlich schon letztes Mal bei mir im Keller? Ähm Was? War... Bevor wir eine Shop nicht mehr mal eine Shop waren An sich ist... das hab ich ja umgeräumt und die Teile sind... dann drösten wir uns aus nicht mit raus Da läuft sie sozusagen schon besser Was willst du mir mit der Tee-Nanosort sagen hier? Keine Ahnung Höchst 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 So... Aber diese Sachen sagt geil euch wird es ja noch draußen und dann ist ja noch Platz Ich glaub an sich Wie viele Leute dürfen mal... was sagen wir denn? 1 2 3 3 2 3 4 4 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 und halt eh trotzdem wieder reinlaufen können. Und ich fordere immer noch mit der Schlacht zu. Wirst du warum? Gerade, einfach nur weil ich gerade enorm viel Ressourcen verstehe. Verschände. Fein. Ich muss sicher den Köln dazu bringen, den ganzen Scheiß nicht ins Gesicht zu schmeißen, ne? Köln, nach der Aufnahme soll ich ihn dann wieder anschmeißen. Bitte! Wenigstens vorübergehend Zukunft auf M&M. Nein! Verdammt. Es geht ja das nicht. Hm? Was ist denn? Welche brauchst du denn? Hast du auch nicht. Okay. Das Geld hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Das, was du hier in den E hast oder je? Nein. Ist du da? Ja. Warte malenst, präme Dester, nie, da bei dir. Nee. Okay, jetzt muss ich doch mal das Dickel wissen, dass ich das erste. Ja, komm mal. Schon guter wird dann. 15. Ja, komm mal. 15. 17. 18. 21. 22.. 22. 23. 21. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 24. Ja, das ist immer wunderbar. Autolaufer. Wo ist der? Da ist der. So, das ist in die Hand gesammelt. So, jetzt sind wir mit der Tögeretti. Ah, der hat mich nicht gesehen. So, schnell raus hier. Naja, vorhin oder das? So, sind wir wieder da oben hier. Unnötig. Und tot. So. 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 Ja. Okay. Hier sieht es, hier sieht es aus. Wir benötigen diesen Zeit für das erste, oder? Nein, komm, gehen wir gleich mit dich. Zweige Feind... Drei. Zweige Feind Eibon auch. Ich warte mal auf 12. Hier ist ja noch niemal Lava. So, Lava wieder leer. So, jetzt wirst du zu 32 Pipes dazu. Wird so ein Energy-Tandacht-Defsatz ausgerichtet. Wir haben jetzt unsere Leute dann einfach. Dann haben wir schon mal 7. Dann bin ich jetzt in Norden hier. Hier brauchen wir nochmal. 6 dürfen. Oder die Generator. Wir bei der EE, bitte. Wie wir ihn ja auch noch einmal benötigen. Das reicht aus. Ok. Das reicht aus. Stopp. Operation. Auf jeden Fall ein Einwand kommt rein. Die hier noch durchschossen wird... Die hier noch durchschossen wird... So. Warten mal auf... Ich spiele mal. Einmal hier für 3. Und dann nochmal 2. Also 5. Vielleicht... Wir müssen den Resten schon mal in der Zwischenzeit. Hm. Ich kann die noch mehr benötigen. Ich will für... Nein. Ich kann sie benötigen. Jetzt ja. Ich will keine Sklette machen schon wieder. So. Der hier ist doch... Ah. Ich habe hier schon mal die Mienen gebaut. Ok. Zwei Stück schon mal in der Zwischenzeit. So. So. Die hier bleiben schon mal hier drinnen. Wir sind schon mal praktischerweise Topplestone. So. Wir brauchen erstmal noch einen. Wir brauchen erstmal noch einen. So. Jetzt machen wir aus den Stinten normalen Furnace mal den Eisen-Furnace. So. So. Wo ziehen wir das jetzt schon mal hier hin? Nein. Schnappen wir schon mal das Tin. Tin Tin Tin. Ah. Tin haben wir noch. Tin kann nicht mehr was ausbogen. Nein. Er ist nicht auf dabei. Er muss ja nicht auf denne Sektion gehen. Dein Bereich werden muss ja mal anziehen. Wenn ihr diese Sektion hier annehmen. Dein Bereich. Was? Er nimmt einfach auch hier. Er lässt einfach auf die Sektion in deinem Bereich mal wieder an. Sektion ja. Er lässt einfach mal auf deiner Sektion in deinem Bereich mal wieder an. Ja. Achso. So, einmal die Topperweier. Und... Das ist echt bedacht. Oh, kein mehr. So, dann möchten wir einen neuen Feind schreiben. Noch nicht nimmend. Die Magdebt-Engine haben noch minimal. Also muss ich mir mal die Nahrung holen, oder? Ach, da laufen noch die Sachen durch. Die noch durchschwolzen werden. Einmal den hier. Da fehlt noch einer. Der schon durchschwolzen wird. Ne, ist das. Dann schmeiß ich das überhaupt mal durch. So. So. Noch ein Ende im Verlöner Winter. Einmal über... Fehlen noch zwei. Ne. So. Hier ist der Sandwich. Nehm nochmal Winter. So. Da haben wir nochmal der Topper-Table. Einmal ist der E-Batterie. Und einer entferntes. Und dann mit dem Generator. Mit dem wir jetzt auch jetzt nicht arbeiten. Weil der Ton benötet. Den arbeiten wir jetzt nicht. Wandel wir ihn dann gleich mal um zum... Wie. Zum decimalen Generator. von dem ich jetzt die anderen Sachen vergessen habe. Es war klasse. sorgt die themale jene wetter zwei nummer ein maschinen und noch mal zwei tipps zwei tipps und nicht irgendwas anderes werden so So, jetzt haben wir da den Maschinen-Frame. Und, doch, ich hab mich verzählt. Jetzt hab ich mich genau um ein... Oh, das ist ein Eisenverzählter. Oh, okay. Da sind wir noch eins Jetzt machen wir noch den elektronic Bitte, wir müssen direkt Dann machen wir noch die trouble table Und dann den elektronic circuit Dann werden wir jetzt deiner, dann haben wir jetzt den eastfactor So So Die beiden Maschinen platzieren wir schon mal Nennen sich jetzt dahinten da die Tracker und E-Ball weg Blö Da können wir nicht so jetzt die Wiesen und so hier eintun Was brauchen wir davon alles Ich glaube ich muss da noch mal eine Fuse holen Das seid ihr da Von benötigen wir zwei stück Und das war ja Und das war ja Dann das Blattroniert Das ist ja noch ein schwerster Ja, da müssen noch ein paar wehre gestimmt werden davon Ja 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 Vier Ist der Klösen Komm da auch mal rein Komm da auch mal rein Ich weiß ja Ich hab eine Tonne Komm da schon mal wieder rein ich glaube er will auch der Tim nicht, der wird hier rein Wo haben wir den hier noch Obsidian? Obsidian 2 Tem. Exidium. Trance. Das ist klar, dass wir noch einen Kumpel haben. Und da haben wir noch einen Stack Obsidian. Wenn wir das mal rein ins Traum holen. Trance auf beiden. Das ist so. 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 穿. Jetzt ist das Portal verschossen. Er ist falsch. Hingschossen. Das war's für heute. Hier hat die Pumpe da was zu arbeiten. Ich fülle jetzt erstmal die Pumpe auf. Was? Wofür? Kann ich auf den Weg bringen? Okay, aber dann sind wir bei mal wieder am Ende der Folge gelangt. Bis zum nächsten Mal, tschau.